Jo Leute und damit willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, nachdem wir beim letzten Mal 6,5 Stunden aufgenommen haben, haben wir ja einiges bekommen. Wir können jetzt die Prüfung machen für die alte Magie. Was wir jetzt aber noch nicht machen werden, da ich lieber erstmal die anderen Sachen machen möchte. Deswegen würde ich sagen, ja. Ein Hauch von Liebe, einen Anspruch von Liebe. Okay, das ist das. Glückprüfung. Okay, ich muss dann generell dahin. Das ist noch das. Eigentlich könnte ich erstmal das machen. Machen wir jetzt mal die Dinge. Dann machen wir die und dann die, würde ich sagen. Weil wir nicht noch unterwegs noch andere Sachen finden. Ja. Apropos Sachen. Okay, ja. Läuft halt nicht weiter, wenn man nicht drin ist. Hm. Naja. Wann sich das nochmal? Ich habe mir jetzt mal nichts gekauft. Geek findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Ja. Okay. Äh. Was haben wir eigentlich für Tränke? Den haben wir nicht, den Edurus-Trank. Sonst haben wir keine weiter, ne? So. Ups. Halt der Knopf. Schön, wenn er gleich wieder hoch geht. Hoffentlich, wir hier drin sind. Hm. Maxima-Trank. Nochmal einsammeln. So. Hiermit kann man auch nichts machen, ne? Nö. Gut. Dann. Und darauf. Darauf. Dann landen wir mal genau in der Nähe. Das ist praktisch. Ups. Das war der falsche Knopf. Das war der falsche. Ich wollte eigentlich auch nur da hin. Ja. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Na, das nette kleine Örtchen kennen wir aber schon. Nachdem, was Renrock dem Kobold-Bankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Arn nicht überraschen. Okay. Hier ist schon wieder dunkel, ne? Hm. Wollte eigentlich auf die Karte direkt gehen. Lass mir ein bisschen Zeit falsch streichen. So. Da können wir immer noch nicht rein. Die Schloss auf Stufe 1, das verstehe ich nicht. Warum guckt der hier gerade schon wieder? Ja, ja. Hallo, Mr. Semi. Was kann ich für Sie tun? Was verkaufen Sie hier? Was war das? Wie kann ich heute behilflich sein? Achso, die Sachen. Man kann aber auch mal die Sachen hier verkaufen. Dann sehen wir die nämlich schon mal los. Dass er selbst im Menü so laggy hat. Ist auch manchmal bescheuert. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Da will ich schon ein paar haben. Was sind das für Gegner? Kreuzspindchen. Äh. Ups. Die war weg. Hallo. Die hat uns gesehen, ne? Hallo. Ehrlich? Machen wir es doch mal so. Warum rückt der jetzt gerade? Hallo. Was haben wir hier? Machen wir es doch mal so. Expelliarmus. Expelliarmus. Depulso. Depulso. Expelliarmus. Conpringo. Really? Incendio. Aha. Autsch. Autsch. Expelliarmus. Conpringo. Direkt auch endlich mal. Ich soll ein bisschen besser aufpassen. Aber ich frage mich auch gerade, warum das ist extrem. Okay, schon wieder. Hm. Kleinen Moment mal. Bin gleich wieder da. So. Da bin ich wieder. Cool. Wenn du dann wieder reingehst, dann sind die Spinnen wieder da. Autsch. Läuft. Läuft. Ich hab nochmal was anderes eingestellt, kurz. Deswegen. Aber das bringt halt auch nichts. War ja eigentlich klar, oder? Hm. Das ist auch noch eine. Was haben wir hier? Reveilio. Kohle. Um 17. Was haben wir hier? Okay. Ein schwarze Hybride. Der schwarze Hybride ist ein großer Drache, der übern... ...neun Meter lang werden kann. Ein großer, grober Schuppen, die ursprünglich zu einem dieser Tierwesen gehört, erzählt zu den wertvollsten Besitztümern, die Archie-Pickel in seinem Versteck aufbewahrt. Okay. Aber nichts zu einsammeln, oder so, ne? Reveilio. Hallo. Okay, süß. Diesmal nicht. Oh. Tschüss. War ich nicht. Nicht meine Schuld, dass du eine riesige... Reveilio. Aber nichts liegen gelassen, ne? Was wollte er sagen? Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist? Äh... Ich seh grad was auf der Karte. Hm. Wenn wir schon hier sind, mach ich das auch gleich mit. Aber erst mal... Welch angenehme Überraschung. Konfringo! Erstmal die Gegner erledigen. Tschüss. Oh. Ich weiß, dass hier noch einer ist. Da. Konfringo! Aha. Hast du auch was liegen gelassen? Ja. Hä? Reveilio. Da liegt auch noch was. So. Okay, das sind die Dinger. Wieder abschießen. Na? Und brich einen angreifenden Straßenküller mit. Die Pulsor. Äh... Was war die Pulsor nochmal? Mh... Die Pulsor war die, ne? Na gut. Sonst hörst du wahrscheinlich nicht auf, ne? Oh, jetzt aber. Alles klar. Komm her. Na, komm her. Ja, komm her. Komm, Pringo! Hallo? Autsch. Autsch. Ja. Okay. Konfringo! Oh, okay. 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 immer wieder getroffen werden ist auch nicht so toll naja so jetzt soll das funktionieren oder mal sehen was du diesmal zu bieten hast merlin kann ich ja mit der folie kann sie auch so abschließen da ist noch einer da ist auch noch eine da sind auch noch welche gott wo sind die denn alle da hinten muss ich auch noch was Das sollte ich untersuchen. Reveglio. Hä? Wow. Natürlich. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Ich weiß gar nicht, den habe ich übersehen gerade. Läuft. So, da waren noch Büsche. Da hinten müssen wir hin. Quarefade einrennen. Kann man auch machen. Ich händle nochmal kurz was anderes wieder. Bin gleich wieder da. So. Da bin ich auch wieder. Da haben wir noch Gegner. Beschwöre zwei Gegner zugleich. Beschwöre zwei Gegner zugleich. Achio. Hm. Was ist das? Wow. Achso. ach da kommt ja noch einer ein falscher knopf da ist noch einer von hier hinten haben wir hier noch was liegen gehabt nö nur da hinten erstmal ausschalten ach guck mal ein lager das muss es sein ja immer gleich rein da das habe ich gesucht na toll ja gut guck mal das war noch sowas offenbar gibt es mehrere wege hinein ist da jemand hallo und er gekippt die dunklen künstler aufgepasst damit kommst du nicht äh ja ja was wirf einen gegner mit der pulso in einen zerbrechen weiß er nicht ouch wie habe ich das denn gemacht die pulso ok incendium ok na das war das zerstören was hast du diesmal für mich auf lager die pulso hat die grad weggekickt die pulso war es das ja ne ja ja tschüss und tschüss und tschüss und tschüss noch mehr? ja aber aber wo? ist draußen wahrscheinlich ne? brauche ich hier alles? rievelio mhm naja da ist er mhm mhm rievelio rievelio ah ok da sind diese dinge die kugeln mhm mhm tolle verzauberung die karrenkern zu arnd zurück ok ich weiß was das bedeutet eine prüfung merlins ja bin ich auch der meinung mhm mhm äh da haben wir akio die 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 du hältst dich für so unauffällig hm keine ahnung wer das war toll ja das klappt ok klappt was haben wir hier? oh ne kisse wow na super auch nur irgendein Mist aber wir werden den da hinten auch nochmal erledigen ne? wie viel haben wir davon eigentlich dass wir es immer einsetzen können? hm wo sind die kugeln hierfür? hier hinten? hm ah ah ok ok Nummer 1 Nummer 1 Nummer 2 Reveilion Reveilion wo ist Nummer 3? hm draußen oder wo? kann sein kann sein kann sein kann sein dass es hier draußen ist ne? achso den habe ich da rüber gekickt habe ich habe noch nie jemanden solche Magie wirken sehen nein korrekt da ist unser verstorben das war gar nicht schlecht war ich nicht Reveilion wo ist denn das letzte Ding? hm ja ja wo ist denn das? ich habe keine Ahnung ach da wow hier ist das letzte Ding wo ist denn die kugeln? wo ist denn die kugeln? hm hallo geht es nicht durch das Gewicht? na warte mal so geht es doch machen wir es so ok ok fertig voll einmal im Kreis gelogen damit wäre das erledigt dann haben wir das auch schon mal ich weiß gar nicht wie viel ich von wie viel hier habe hm hier war sonst nix war da ne? ok das bringt nichts aber los wollte ich einfach mal zerstört haben noch ja an die pizza komme ich hier nicht mehr sooo was ich einmal machen kann ist was haben wir da? ok ok ne Maske was hatten wir hier? schlecht war klar hier wahrscheinlich auch oh können wir nicht mal anziehen aber ist auch schlecht und das auch jup ok wir haben Talentpunkte im Kampf das hier dann haben wir hier Handbuchseiten hm 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 sammeln in Hogsmeade 25 an Busseiten ich bin noch 20 ja Talent einhauen wir wenn ein wenn ein verfluchte Ziel Schaden zugefügt wird erreiten alle verfluchte Ziele Schaden und ein Stupor hat auf Gegner den selben Effekt wie ein Fluch vielleicht verfluchte Gegner leiden erhöhten Schaden ja aber die dunkle Künste will ich gar nicht lernen Raum der Wünsche äh äh ne ne so selbe Wub setzt sich sowieso irgendwie nicht an saure Sprüche hier die Kunne soll löst eine zu sehr starke Explosion in deiner umgebung aus Konfringo treffe ja schaffen kleine Feuerke Geschosse die Gegner welche Ziele anvisieren danke nein das ist cool So. Ach, noch einer. Ja. Hier, das hier. Und hier hat man noch. Das hier. Achso, das ist das. Okay. Karte. Hier ist noch ein Schnellreisepunkt. Den holen wir uns nochmal. Was sind diese kleinen Punkte auf der Karte eigentlich? Das hier. Ich schaue erstmal einmal kurz danach, was das ist. Hm. Was ist denn das? Reveilion. Hm. Ist das einfach nur Gebiet, wo die mal auftauchen, oder wie? Gut, dass es hier wieder ruckelt. Keine Ahnung. Wollte eigentlich die Karte direkt öffnen. Ich wollte da einmal hin. Dann hole ich mir den einmal. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Vielleicht die Gegner. Aber es ruckelt mal mehr, mal weniger. Ist halt echt merkwürdig. Die nehme ich auch mal mit. Können wir mal nicht immer genug von gebrauchen. Besser zu viel, zu wenig. Reveilion. Gegner. Okay. Ouch. Genau, das war falsch. Ich bin blockiert. Ja, genau. Konfrenko. Hm-mm. Du vergisst es. Konfrenko. Verreck. Hallo. Hiss es. Konfrenko. Depulso. Expelliamos. Hm-mm. Incendio. Nicht getroffen. Konfrenko. Expelliamos. Ja, ja. Depulso. Konfrenko. Ouch. Sterb. Mh-mm. Hm. Okay. Okay. Reveilion. Ja. Die brauchen wir nämlich auch. Ich bin immer zu blöd zum Ausweichen. ist irgendwie nix neues war gut wir haben mehr tränke ne? war schon wirf ein objekt mit der puse auf den gegner wow wow was soll da? ouch wenn ich die zauberwirke dann ist es immer ein bisschen blöd da geht es wirf was? wirf ein objekt mit der puse auf den gegner ouch was sind deine aufgaben die hier kommen? ok hm ja wenn ich neu lade dann spawnen die hier wieder deswegen passt das schon deswegen passt das schon wie viel pelz hier rumstehen jo ok also waren wir den punkt da auch schon mal wieder mal auf abenteuer tour quatscht auch immer dasselbe ne? was ist denn das? komm ich da hoch und gucken wir mal weil irgendwas ist da oben ganz schön dunkel ganz schön dunkel so so